ok so lange haben wir glaube ich noch nie gebraucht den einzuholen was der ist auch der hängen geblieben an dem baum haha wie schlecht alter wie der dauernd hier rausgeschleudert wird mein wagen ja noch 30 sekunden jetzt wird sie geschnappt jetzt kriegen wir noch dann gib die alle ab die Uhr tickt man Uhr tickt man ja